Zukunft ohne Versöhnung, Zukunft ohne Vergebung wird nicht möglich sein. Und dazu brauchen wir die religiösen Traditionen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge zum Nahostkonflikt. Einer Auswertungsfolge, in der wir nochmals durchgehen wollen. Was haben wir eigentlich besprochen? Was haben wir gehört? Und nochmal zurückschauen wollen und dann quasi einen Ausblick machen. Was nehmen wir mit? Was bleibt? Was hat uns bewegt? Was ist uns aufgefallen? Und ich freue mich, dass wir hier wieder in dieser Runde sind. Nikolas Matter, Christine Schliesser und ich, Niklas Walder. Christine, du hast ja verschiedene Interviews geführt. Kannst du uns ein bisschen nochmals durchführen? Mit wem haben wir da über allem gesprochen? Wenn wir uns überlegen, was so unsere Ausgangsfrage war. Wir haben ja überlegt, die ganzen unterschiedlichen Dimensionen in diesem Krieg aktuell. Wirtschaftliche, ethnische, politische Dimensionen. Welche Rolle spielt denn da die Religion? Und mir ist so ein bisschen hängen geblieben. Wir haben ja angefangen mit unserer jüdischen Kollegin Pauline Kollontai. Und sie, das ist mir recht eindrücklich hängen geblieben, sie sprach ja sehr von der Ambivalenz, von der Mehrschichtigkeit von Religion. Und sie sagte, einerseits, was wir gerade einfach in Israel haben, ist, dass wir ultraorthodoxe Perspektiven auch in der Regierung mit drin haben. Also eine sehr rechte Koalition dort, die dann tatsächlich auch schwupp, Thora aufmacht und dann mit so einer Steinbruch-Exegese sich da irgendwelche Verse rausnimmt und damit dann auch tatsächlich den Krieg mehr oder weniger rechtfertigt. Also einerseits sehr eine destruktive Rolle der Religion, aber sie sprach dann ja auch von einigen ganz tollen, positiven Beispielen, wo religiöse Akteureinnen und Akteure sich zusammengeschlossen haben, um für Frieden, auch für Versöhnung sich zu engagieren. Auch jetzt. Einiges war mir überhaupt nicht bewusst, was sie da gesagt hatte, weil offenbar unsere Medien ja doch vielleicht eher auf das Negative fokussieren und weniger den Blick auf Friedensinitiativen da richten. Also diese Ambivalenz von Religion, die ist mir da sehr hängen geblieben. Und Bischof Azar kam ja als zweites Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche dort. Und bei ihm ist mir sein sehr eindringliches Plädoyer hängen geblieben. Vergesst die Christen nicht im Nahen Osten. Dass er als Angehöriger einer, ja quasi einer doppelten Minderheit, er ist Palästinenser und Christ und ist eben in Jerusalem da vor Ort, wie das Gefühl hatte, fast ein bisschen aufgerieben zu werden und auch ein bisschen in Vergessenheit zu geraten. Und das wurde dann ja unter anderem von Azar Karam aufgenommen. Die hat ja zum Teil ganz ähnliche Dinge gesagt. Das fand ich noch total spannend aus muslimischer Perspektive. Dass sie gesagt hat, naja, das ist viel zu kurz gegriffen, wenn wir jetzt immer denken, das ist ein Konflikt zwischen Juden und Muslimen. Das ist es einerseits, aber das ist noch so viel vielschichtiger und komplexer, als man das so auf den ersten Blick denken würde. Und sie sagte dann eben auch, da gibt es ja auch noch die Christen vor Ort im Gaza-Streifen, aber natürlich auch in Israel, die das Ganze noch viel komplexer machen, Drusen und so. Also es ist bei Weitem nicht nur diese binäre Konstellation. Und der Abt, der Domitio, Abby Schnabel, bei ihm ist mir vor allem hängen geblieben, dass er nochmal diese Radikalität des Christentums in Erinnerung gerufen hat mit der Feindesliebe. Ich fand das total spannend, wie er gesagt hat, dass er da tatsächlich auch in Kritik steht, wenn er sagt, also die Feindesliebe, die gilt auch jetzt, die gilt auch heute. Und das ist nicht seine Idee, sondern er geht zurück auf Jesus von Nazareth. Und das in diesem Krieg nochmal in Erinnerung zu rufen, das ist mir bei ihm hängen geblieben. Ruben Barak, ja, das, da ist mir ein bisschen seine, seine fast wie so eine Hoffnungslosigkeit im Gedächtnis geblieben, dass er gesagt hat, er weiß auch nicht so ganz, wie das weitergehen soll. Also gerade bei der letzten Frage, wie, welche Zukunft er sich vorstellt für Israel und die palästinensischen Gebiete, dass er gesagt hat, da fehlt ihm ein bisschen die Fantasie. Und das hat mich schon sehr bewegt. Und in ähnliche Richtung hat er dann auch der Bischof Schomali geantwortet, der gesagt hat, wenn wir uns die Geschichte angucken in den letzten Jahrzehnten, wir hatten so viele Kriege und hat uns das irgendwie friedlicher gemacht, hat uns das irgendwie einer Lösung näher gebracht. Nee. Also wir stehen da quasi, sind in den ganzen Jahrzehnten nicht viel weitergekommen. Und das ganze Blutvergießen, das ganze, die ganze Waffengewalt hat letztendlich uns nicht weitergebracht. Das ist so ein bisschen, was mir da jetzt hängen geblieben ist. Ich weiss nicht, wie das bei euch ist, was bei euch da im Zentrum gestanden ist. Also vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, sich das noch einmal so durch den Kopf gehen zu lassen, was wir da alles gehört haben. Und ich finde es auch irgendwie, also es sind sehr ähnliche Dinge, wie du sie gesagt hast, die mir auch im Kopf geblieben sind, von diesen ganz verschiedenen Perspektiven, von unglaublich verschiedenen Menschen, die entweder von aussen auf diesen Konflikt blicken oder eben auch vor Ort waren und deshalb selber direkt betroffen waren. Und ich glaube, weil wir haben ja einige Fragen gestellt, zu Beginn oder durch die Interviews immer wieder, die wir unseren Gästen gestellt haben, aber die wir auch uns selbst gestellt haben, und ich glaube, es wäre spannend, noch einmal durch diese Fragen durchzugehen und dann diese zu bereden im Lichte von dem, was wir gehört haben. Also wir hatten jetzt sieben Interviews, glaube ich. Ja, sieben Interviews und... Oder sechs, sieben oder sechs. Sechs. Sechs Interviews. Und haben unheimlich vieles gehört. Und ich fände es spannend, wenn wir jetzt noch eben in dieser Auswertungsfolge versuchen würden, noch einmal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, wie man auf die Frage der Religion in diesem Konflikt antworten kann. Oder was da Antwort... Was für Antwortmöglichkeiten da sind. Deshalb würde ich gleich zu Beginn die Frage stellen, die auch du immer wieder gestellt hast. Muss man Religion eigentlich verstehen, um diesen Konflikt zu verstehen? Was würdet ihr sagen, im Lichte des Gehörten? Ich würde sagen, Entschuldigung, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss Religion verstehen. Aber was sich auch ein bisschen aufgetan hat, dieses Spektrum von, wie versteht man dann Religion? Da merkt man... Also es ist nicht einfach getan zu sagen, ja, wir verstehen Religion. Dass man merkt, es sind verschiedene Bewertungen und verschiedene Verständnisse von Religion auch im Spiel, wie Religion bewertet wird und die Rolle von Religion bewertet wird, auch gerade in verschiedenen Orten und aus verschiedenen Perspektiven. Ja, oder wie seht ihr das? Also ich fand das total spannend, da auch die verschiedenen Antworten zu hören. Die einen haben ja gesagt, naja, Religion wird hier instrumentalisiert. Religion ist eher ein... Ich glaube, Proxy kam öfter vor, so eine Art Stellvertreter. Aber eigentlich geht es gar nicht um die Religion, sondern geht um andere. Geht um Land, Territorium, Ethnie, was auch immer. Und Religion wird da eher so vorgeschoben. Ich bin mir da tatsächlich nicht ganz sicher. Auch um nochmal... Ich glaube, bei Herrn Schnabel war das, der hatte das ja eigentlich sehr charmant unterschieden. und gesagt, also er hat nicht den Eindruck, dass Religion politisiert wird, sondern dass eher eine... Nee, andersrum. Wie hat er es gesagt? Nicht eine... Nicht eine Politisierung. Politisierung der Religion. Genau, dass Religion politisiert wird, sondern eine Religionisierung der Politik. Genau, genau. Das klingt auf den ersten Blick ganz charmant, finde ich. Aber dann habe ich mich gefragt, was trägt diese Unterscheidung tatsächlich aus? Also letztlich ist das doch sehr, sehr eng beisammen. Und wenn ich irgendwelche religiösen Hardliner habe im Kabinett, dann ist es im Ergebnis doch recht ähnlich, ob ich versuche, meine Politik religiös zu rechtfertigen oder aber meine Religion mich dazu drängt, bestimmte politische Positionen einzunehmen. Im Endeffekt kommt es ja auf ganz ähnliche Dinge raus. Und von daher glaube ich, hat Religion da tatsächlich doch fast mehr zu sagen, als man so denkt. Und Ibrahim Azar hat doch, ich erinnere mich, er hat gesagt, die Tendenz oder die Entwicklung, die er festgestellt hat, er hat es dann nicht quasi so aufgesplittet oder aufdifferenziert wie jetzt Schnabel, aber er hat gesagt, die Leute sind religiöser geworden. Irgendwie so hat er das gesagt. Das hat sich irgendwie intensiviert in den letzten Jahren. Das hat er quasi vor Ort beobachtet. Und er sagt, alle Seiten, auf jüdischer Seite, auf muslimischer Seite, auf christlicher Seite, Also ich würde euch völlig zustimmen und das auch noch mal bestärken, was du gesagt hast. Also ich glaube, eine Gefahr ist, wenn man aus einer westlichen Perspektive auf diesen Konflikt schaut, der nun mal nicht im Westen stattfindet, und dann einen Religionsbegriff voraussetzt, der, naja, sagen wir, die Religion eher privat versteht. So im Sinne von, das ist zwischen mir und Gott und das sind die Dinge, die ich glaube, aber letztlich müssen die keinen oder nur einen sehr bedingten lebenswirklichen Ausdruck haben. Ich glaube, dann hat natürlich Religion mit diesem Konflikt nichts zu tun, aber kann sie ja auch nicht, wenn sie nur um mich und meine Beziehung zu Gott geht. Und ich glaube, da muss man aufpassen, mit welchem Religionsbegriff man da rangeht. Und gerade in diesem Konflikt, ich würde sagen, dass sich die Kriegsparteien selber eben anders verstehen, dass Religion sehr wohl etwas zu tun hat mit Land, dass es etwas zu tun hat mit Politik, das heisst mit der Ordnung von zwischenmenschlichen Verhältnissen, dass Religion einen Einfluss haben muss auf die Welt. Und aus dieser Perspektive würde ich auch sagen, also ich glaube schon, Religion hat tatsächlich nicht so wenig mit diesem Konflikt zu tun. Und da würde ich auch die Parteien, die vielleicht die Religion instrumentalisieren, das mag sein, aber ich würde deren Selbstverständnis versuchen ernster zu nehmen und nicht einfach von aussen herauf blicken und sagen, ah, das ist nur eine Instrumentalisierung. Die haben eigentlich ihre eigene Religion überhaupt nicht verstanden, während ich von aussen das selbstverständlich alles verstehe. Ich glaube, das ist eine Gefahr, besonders wenn wir vom Westen her blicken. Das sehe ich ganz genau so. Gerade wenn man sich Hamas anguckt, wenn man allein die Gründungsgeschichte 1989 als Ableger der Muslimbrüderschaft und hat natürlich in ihren Gründungsdokumenten das Ziel auch, eine islamische Gesellschaftsordnung zu etablieren. Also da steckt Religion ja von vorne bis hinten drin. Also ich sehe das ganz genauso. Und das würde ich sagen, steht uns gut an, da auch da den Respekt zu erweisen und zu sagen, jawohl, das ist das Selbstverständnis, was wir auch ernst nehmen wollen und nicht eben mit unserer Religionssicht, wie auch immer, daher zu kommen und sagen, das habt ihr eigentlich gar nicht so gemeint. Ja, das stimmt. Und ich glaube, was eigentlich auch gemeint ist, wenn man sagt, das wird instrumentalisiert, ist, ich bin mit dieser Interpretation der Religion nicht einverstanden. Und das kann man natürlich sagen. Also man kann sagen, ich glaube, die Hamas interpretiert ihre eigene Religion falsch. Das kann man sagen. Aber zu sagen, das hat mit Religion überhaupt nichts zu tun, das ist eher heikel. Und das andere wäre dann die spannendere Diskussion, weil man dann diskutieren kann quasi auf religiöser Ebene, auf dieser Deutungsebene diskutieren, was ist, welche Form von Religion oder was fördert Leben. Und ich denke schon, dieses westliche Verständnis von Privatreligion, das ist alles nur quasi für mich, hat keine politische oder keine sonstige Auswirkung auf meine Lebensgestaltung. Das hilft nicht im Verständnis von diesem Konflikt. Und ich glaube, genau diese Diskussionen müssen geführt werden. Und da sind, glaube ich, die Menschen innerhalb ihrer Religion gefragt. Michael Worser spricht von den imminent critics, die von innen heraus sprechen, kritisch und selbstkritisch auf ihre eigene Tradition blicken. Da brauchen wir die muslimischen Theologinnen und Theologen, da brauchen wir die jüdischen Theologinnen und Theologen. Gleich für Christen und so weiter. Die sagen, hier wird unsere Religion tatsächlich missbraucht. Hier findet eine problematische Hermeneutik statt. Die können wir so nicht durchgehen lassen. Und die und die und die Argumente sprechen dafür, das auch anders zu lesen, andere Auslegungsmechanismen da zurate zu ziehen. Aber das ist eine Diskussion, ich glaube, die muss aus der Religion selbst herausgeführt werden. Da ist es schwierig, von außen zu sagen, naja, aber hört mal her, eigentlich musst du doch deine Religion, finde ich, ein bisschen anders verstehen. Sondern das musst du selber machen. Und damit würde ich sagen, kommen wir gleich zur zweiten Frage. Eigentlich haben wir jetzt schon vieles davon beantwortet, wenn wir ehrlich sind. Aber es ist die Frage, ist Religion das Problem dieses Konflikts? Wir haben jetzt gesagt, offensichtlich hat Religion etwas mit diesem Konflikt zu tun. ist es der Hauptauslöser? Das wäre ein Fragezeichen. Und viele unserer Interviewpartner haben ganz klar gesagt, nein, das ist nicht der Hauptauslöser. Aber vielleicht im Lichte von dem, was wir jetzt besprochen haben, was würdet ihr sagen? Ist die Religion in diesem Konflikt der oder einer der Hauptauslöser? Hauptauslöser? Oder ist das zu einfach gedacht? Oder muss man das noch einmal vielleicht ein bisschen differenzieren? Also ich würde sagen, es ist kein Hauptauslöser. Ich würde sagen, das ist sicherlich eine Dimension, die da eine Rolle spielt. Eine treibende Kraft, glaube ich sogar. Aber es wäre sicherlich zu schlicht, wenn man das einfach reduziert auf Religion ist hier die einzige Schlagader, die quasi den Konflikt vorantreibt. Oder? Also Religion im Singular oder als das Problem des Konflikts, das wäre auf jeden Fall zu eng gegriffen. Das glaube ich auch nicht. Und gleichzeitig denke ich, es ist ja, wie soll ich sagen, aus Religion und Ideologie speisen sich ja dann wieder irgendwelche Handlungen. Das ist ein System von, wie soll ich sagen, von Ethos, von Moral, von Politik, von Gesellschaftsverständnis, von Menschenverständnis, von Religion. Das hat ganz viele innere Verbindungen. Und es ist ja irgendwie logisch, dass man da die Religion nicht herauslösen kann und sagen, nein, sie hat nichts mit dem zu tun. Und gleichzeitig auch logisch, dass es nicht die Religion allein sein kann. Sondern es ist ja sehr viel Interkonnektivität zwischen verschiedenen Bereichen des menschlichen Lebens. Und ich denke, um ein möglichst adäquates Bild von dem Konflikt zu erhalten, muss die religiöse Dimension wirklich ernst genommen und wahrgenommen werden. Wahrscheinlich, aber sie kann auch nicht die einzige sein. Aber gerade diese Interkonnektivität, die macht es ja manchmal so schwierig. Weil dann kann man ja auch sagen, nee, das ist eigentlich nur Kultur. Nee, das ist Tradition. Das ist Brauchtum. Oder was auch immer. Und da tatsächlich zu sagen, na ja, es gibt tatsächlich einen genuin religiösen Faktor auch in dem Ganzen. Sorry. Nein, also ich gebe völlig recht. Gerade wenn man von den Kulturen in diesem geografischen Bereich, wenn man sich die anschaut, es ist, gefühlt ist es wesentlich integrativer. Also Religion, Kultur, die Tradition, die Geschichte ist integrativer als bei uns im Westen. Wir haben Teilsysteme, auch wenn das im Alltag natürlich auch zusammenkommt. Aber wir haben stärkere Trennungen, glaube ich. Also integrativer im Sinne von... Es kommt mehr zusammen, wie du gesagt hast. Es gehört unglaublich eng zusammen. Deshalb ist eine solche Trennung schwierig. Aber ich glaube, man sieht... Man sieht es ganz deutlich daran, dass die Religionen nicht einfach Hauptauslöser des Konflikts sind, wenn man in die Geschichte schaut. Also einerseits könnte man jetzt einfach den Konflikt ein, sozusagen nur den Konflikt seit dem 7. Oktober, seit diesem Terroranschlag, könnte man anschauen. Und das wäre eine Frage, wo man vielleicht sagen würde, hier spielt eben diese religiöse Dimension wirklich eine grössere Rolle. Aber wenn wir in die Geschichte des Konflikts schauen, der ja jetzt seit 70, 75 Jahren andauert, dann sehen wir, dass diese Religionisierung eben nicht immer schon in gleicher Weise da war. Also eben die Hamas wurde 1988 gegründet und hat da ihre Charta und kommt aus der Muslimbruderschaft. Und vorher die PLO, also die Palestinian Liberation Organization unter Yassir Arafat, das war eine säkulare, in erster Linie eine säkulare Organisation. Und dort gab es auch schon Probleme mit Terrorangriffen und dann Antworten von Israel her. Das heisst, ich glaube, den ganzen Konflikt kann man auf keinen Fall sagen, das ist einfach die Religionen dort, das ist das Hauptproblem. Eben weil es viele auch dezidiert nicht religiöse Parteien in diesem Konflikt gegeben hat und immer noch gibt. Aber gleichzeitig von dem gegenwärtigen Konflikt, glaube ich, schon hat es sich verstärkt. Und das hat ja eben Ibrahim Azar auch gesagt. Oder Nicodemus Schnabel mit der Religionisierung von Politik. Ich fand das auch spannend, was du gesagt hast, gerade im Blick auf die Geschichte. Auch da zeigt sich, wenn man von der anderen Seite herkommt, wenn da jetzt Religion als Haupttreiber gewesen wäre, auch in der gesamten Geschichte, wenn man zurückblickt, dann würde man doch auch denken, dass die Loyalitäten ein bisschen anders gewesen wären. Wenn man zum Beispiel auch auf die Rolle der Arabischen, gerade der muslimisch-arabischen Länder blickt. Und da muss man eigentlich sagen, vor dem 7. Oktober, das Schicksal der Palästinenserinnen und Palästinenser, hat ja jetzt nicht so eine große Welle der Loyalität in der arabischen Welt ausgelöst, dass die sich da mal irgendwie auf ihre muslimischen Glaubensverwandten da ein bisschen unterstützend eingewirkt hätten. Und wenn Religion da tatsächlich da der Faktor gewesen wäre, dann würde man doch denken, Mensch, da hätte es doch irgendwelche Loyalitäten gegeben, die da schon früher ein bisschen mehr gegriffen hätten. Aber da ist ja in den letzten Jahrzehnten nicht furchtbar viel passiert in dieser Hinsicht. Dann würde ich vorschlagen, nehmen wir die dritte Frage vor Augen. Kann Religion zur Lösung des Problems beitragen? Da haben wir sehr viele spannende Ansatzpunkte und Vorschläge gehört. Was sagt ihr? Also das ist ja eine Entscheidungsfrage. Und da würde ich sagen, ist die Antwort ganz klar ja, natürlich. Ich glaube, Religion muss auch zur Lösung beitragen. Eine Lösung gibt es, glaube ich, nicht jenseits von Religion. Und wiederum, natürlich ist Religion nicht das Einzige, aber es muss eben auch Teil der Lösung sein. Und da, was mir da tatsächlich Mut gemacht hat, waren auch die ganzen tollen Beispiele, die wir da gehört haben. Und da wünschte ich mir wirklich, ach, vielleicht gäbe es mal eine Fernsehserie oder so, was die jetzt mal nur auf diese positiven Beispiele fokussiert und mal irgendwie aufzeigt, was es da einfach auch an tollen Initiativen gibt, von denen man gerade so wahnsinnig wenig hört und die sich ja auch gerade einen unheimlich schweren Stand haben. Ibrahim Azar hatte ja davon auch erzählt und sagte ja auch, im Moment ist es einfach extrem schwierig, da diese ganzen Initiativen, die bei ihm ja auch schon länger laufen, schon jahrelang laufen. Aber es gibt sie immerhin und sie sind ganz sicher nicht umsonst. Oder Pauline Kollontay hat ja da auch einiges uns erzählt. Nicodemus Schnabel hat ja dann auch auf theologischer Ebene ein paar Ressourcen skizziert, zum Beispiel im Blick auf Barmherzigkeit im Islam, natürlich Feindesliebe im Christentum, die Liebe zu Gott und zu den Nächsten auch im Judentum oder so. Also da gibt es ja wahnsinnig starke Ressourcen auch, die darauf lauern, fruchtbar gemacht zu werden. Ich fand auch die verschiedenen Perspektiven, die quasi in den Interviews uns entgegenkamen, die auch das Potenzial der Religion zur Lösung des Konflikts aufzeigten, sehr, sehr spannend. Gleichzeitig die Ernüchterung, Ibrahim Azar hat ja wirklich gesagt, momentan ist einfach nie, es ist ein Abwarten, es ist ein Warten darauf, dass wieder Schritte zur Versöhnung möglich werden. Und dann hat er das gesagt, dass er gesagt hat, er sieht es doch in der Verantwortung, der Leitungspersonen in den verschiedenen Religionen vor Ort, dass sie auch sich da einsetzen für Diskurs und Dialog, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und ich glaube, Asakaram hat das ja auch ganz stark gemacht. Und gerade da auch noch mal das Interreligiöse betont. Es ist ja klar, in so einer Region, die so ein Schmelztiegel ist an verschiedenen Religionen, da müssen Lösungen natürlich interreligiös sein. Da kann nicht eine einzige Religion daherkommen und sagen so, und ich erkläre euch jetzt mal, wie das funktioniert, sondern das muss gemeinsam gehen. Und da gibt es ja auch schon großartige Ansätze. Und das wäre wirklich ein bisschen auch mein Wunsch und meine Hoffnung, dass wenn die Waffen vielleicht irgendwann mal schweigen oder auch jetzt schon, dass man diese Stimme, denen ein bisschen mehr Gehör schenkt. Ich glaube auch, dass jenseits von Vergebung und Versöhnung letztlich keine Lösung zu finden ist. Also auf einer rein politischen Ebene glaube ich, dass es wahrscheinlich wirklich zu spät ist für eine gute Lösung für alle. Und da verstehe ich auch eben, was Ruben Barak gesagt hat, diese Hoffnungslosigkeit im Angesicht dieses Konfliktes und wie viel Schmerz und Leid das verursacht wurde und wird. Das scheint mir irgendwie, die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, scheint mir genau in den Ressourcen der verschiedenen Religionstraditionen zu liegen. Und gerade, das ist jetzt nochmal eine andere Ebene. Ruben Barak hat ja von dieser Trostlosigkeit erzählt, man hat ihm quasi diese Traurigkeit auch angemerkt. Ich weiss gar nicht, wie ist der selber? Ist der säkularer Jude? So hat er sich beschrieben. Und gleichzeitig hat er doch gesagt, was es ihm Trost gibt. Er ist ja Reiseleiter. Viele christliche Gruppen, die er wahrscheinlich durch Israel führt und Leute, die er da kennt, christliche Leute quasi aus dem Westen, hat er doch gesagt, schreiben ihm Karten mit Bibelfersen. Und er sagt, das gibt ihm irgendwie Hoffnung und Trost. Und irgendwie, da ist das ganze Programm zusammen. Also ein säkularer Jude mit seiner Trostlosigkeit angesichts dieser Konflikte und trotzdem findet er Trost quasi in Versen, die ihm quasi von Glaubensgeschwistern aus der christlichen Glaubensfamilie geschickt werden. Das ist ja nicht die grosse Ebene, sondern das ist jetzt auf der biografischen Ebene von Ruben Barrack. Aber ich fand das doch irgendwie interessant, als ich ihm da zugehört habe. Dass er gesagt hat, das ist das, was mir irgendwie auch Hoffnung gibt oder eben Trost spendet in dieser Situation. Und da sind, also gerade Religion ist vielleicht tatsächlich auch elementar für den Weg nach vorne. Also wenn man an Desmond Tutu denkt, der sagt, no future without forgiveness. Also ohne Vergebung, ohne Versöhnung wird es keine Zukunft geben. Und das sagt er ja nicht als Naivling. Das sagt er ja als jemand, der da tatsächlich auch jahrzehntelang brutale Unterdrückung im Apartheidsregime Südafrikas erfahren hat. Und solche Worte von so einer Person haben da natürlich auch eine enorme Aussagekraft. Und ich glaube zutiefst, dass das auch in Israel und dem Gaza-Krieg gilt. Zukunft ohne Versöhnung, Zukunft ohne Vergebung wird nicht möglich sein. Und dazu brauchen wir, brauchen wir die religiösen Traditionen. Schönes Schlusswort zu dieser Frage. Und ich würde gerne noch zwei weitere Fragen besprechen. Die letzte ist so eine, die haben wir nicht so viel gefragt, aber das interessiert mich auch, wie ihr das seht. Aber zuerst, wie gehen wir im Westen mit der angespannten Situation um? Es ist ja nicht nur so, dass dieser Konflikt rein lokal begrenzt stattfindet, also im Extrem natürlich, aber er hat ja unglaubliche Wellen geschlagen. Du hast es vielfach gesagt und auch deine Gesprächspartner hast du darauf befragt, was geschieht hier eigentlich im Westen? Also wir haben unglaubliche Polarisierung durch diesen Konflikt. Es ist eine angespannte Situation. Auf allen Seiten verdächtigt man sich irgendwie. Man kann kaum sinnvoll über diesen Konflikt sprechen. Wie gehen wir damit um? Das ist ja tatsächlich, ich glaube, in unserer allerersten Folge kam das auch ein bisschen raus in unserem Gespräch, die Schwierigkeit, da überhaupt drüber zu reden, ohne gleich in irgendeine Schublade gesteckt zu werden. Also sobald man Israel kritisiert, läuft man Gefahr, antisemitisch da deklariert zu werden und sobald man irgendwie was Kritisches sagt in Richtung Islam oder so, ist man gleich islamophob. Und da wirklich eine Sachlichkeit auch reinzukriegen, ohne Labeling von allen möglichen Seiten, finde ich tatsächlich schwierig. Und das fehlt mir tatsächlich auch immer wieder in den Diskussionen. Besonders schwierig ist das, würde ich sagen, natürlich auch in der deutschsprachigen Diskussion. Deutschland hat natürlich diese ganz besondere Geschichte, auch die ganz besondere Verantwortung gegenüber Israel. Aber Hannah Arendt sagte mal, als sie gefragt wurde, was ist denn jetzt die Lehre nach Auschwitz im Umgang mit Israel? Und sie sagte, es gibt letztlich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, eine vorbehaltlose Unterstützung der jeweiligen Regierung in Israel. Und die andere Variante ist ein Aufzeigen von Unrecht überall auf der Welt und eine Unterstützung der Opfer von Unrecht. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht um eine vorbehaltlose Unterstützung jeglicher Regierungen gehen kann, sondern Unrecht muss aufgezeigt werden und es muss aufgezeigt werden dürfen. Egal, von wem dieses Unrecht ausgeht. Aber die grosse Schwierigkeit ist dann quasi, wer sitzt in dieser Position, das Unrecht quasi so, in der neutralen Position das Unrecht zu sehen und zu deklarieren und zu sagen, da ist das Unrecht. Also es ist ja immer auch, so verhängt das ganze System. Ja gut, aber ich sage mal, wenn Frauen und Kinder umgebracht werden, würde ich sagen, da ist schon ziemlich deutliches Unrecht zu sehen. Absolut. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Okay. Aber klar, du hast schon recht. Wer ist dann in der Position? Wer kann sich zum Richter setzen, ohne selber auch sich irgendwo in Dimensionen des Unrechts schuldig zu machen? Ich denke, da ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir hier in der Schweiz sind und eine Tradition der Neutralität haben. Nicht Gleichgültigkeit gegenüber dem Unrecht, sondern eben die Möglichkeit, überall dort, wo Unrecht geschieht, das auch aufzuzeigen und dort auf der Seite der Verlierer zu sein, sozusagen in jedem Konflikt, auf der Seite der Opfer zu stehen. Und die Opfer sind natürlich auf beiden Seiten, aber dann irgendwie sinnvoll, da auch zu warnen. Also wie reagiert man? Wie geht man zurück? Was sind gute Strategien? Und was sind schlechte? Was führt zu mehr Tod und mehr Leid? Und was führt vielleicht in der Zukunft zu einer Möglichkeit des Miteinanders? Also ich glaube, dieser Krieg ist militärisch nicht zu gewinnen. Also als wir angefangen haben zu reden, wann war das? Vor ein paar Wochen und bis heute, sind über 10.000 mehr Menschen ums Leben gekommen. Ich glaube, heute Morgen habe ich im Radio gehört, 18.500 haben wir mittlerweile. Das heißt, was bisher gemacht wurde, scheint offenbar nicht wirklich zu funktionieren. Wenn Israel sagt, sie will die Hamas ausrotten, wie soll das funktionieren? Ganz ehrlich, weil Hamas, das ist ja nicht nur irgendwelche Strukturen, irgendwelche Tunnel, irgendwelche Militärbasen oder so, sondern das lebt ja in den Menschen weiter. Was gerade passiert ist, dass eine neue Generation an Kämpfern durch dieses ganze Leid, durch diese ganze Ungerechtigkeit, die ja fortlaufend weitergeschrieben wird, diese Geschichte, die Erfahrungen der Ungerechtigkeit, da entsteht doch nichts anderes als eine neue Generation von Kämpfern. Und von daher frage ich mich, wie soll das weitergehen? Auch was in den Interviews immer wieder deutlich wurde. Wir hatten so viele Kriege. Been there, done that. Haben wir versucht, hat uns das weitergebracht. Nicht wirklich, sonst wären wir jetzt nicht wieder hier. Ja, das stimmt. Aber irgendwie in diesen kurzen Intervallen zwischen den Kriegen hat man auch nicht zu den Lösungen gefunden, die verhindern. Naja, es gab ja schon immer wieder Lichtblicke, Yitzhak Rabin und wo man dachte, da kommt tatsächlich auch eine Zwei-Staaten-Lösung in Gang. Ich meine, was wir jetzt auch gar nicht so thematisiert haben in den Podcasts ist die Lage im Westjordanland. Die eskalierende Siedlergewalt da, wo wir allmählich im Westen ja auch immer mehr von mitkriegen. Und das ist natürlich auch was, da werden Fakten geschaffen, indem Dörfer vertrieben werden. Und das lässt natürlich irgendwelche politischen Lösungen nochmal sehr viel schwieriger werden. Und da tue ich mir sehr schwer, solch ein Unrecht, das da geschieht, nicht auch benennen zu dürfen. Also ich glaube auch, das muss absolut möglich sein, dort wirklich eben alles Unrecht zu benennen. Nicht nur die eine Seite oder die andere Seite, sondern sagen zu können, was hier geschieht, ist Unrecht und das sollte nicht geschehen. Und das sollte aufhören. Wie man dann konkret die Konfliktsituation bewertet, da kann man natürlich zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Aber ja, ich glaube, ich hoffe, dass wir hier in unserer Serie ein bisschen etwas dazu beitragen können, zu einer Gesprächskultur, die eben offen ist, oder wo man mit allen spricht. Wir haben mit Palästinensen gesprochen, wir haben mit einer Muslima gesprochen, wir haben mit einer Jüdin gesprochen, wir haben mit Christen gesprochen, also wir haben mit allen möglichen Menschen gesprochen und versucht auch verschiedene Perspektiven mit einzubinden. Das heisst, ich hoffe, wir können hier ein bisschen zu einer Entpolarisierung beitragen. Und eine Sache vielleicht noch, was wirklich bei, ich glaube, bei allen Interviews zum Tragen kam, war diese Betonung, es geht um Menschen und das ist das Verbindende. Es ist eigentlich letztlich gar nicht so zentral, ob du Jude bist und ich Muslima oder wie auch immer, sondern es geht um Menschen und hier sterben Menschen auf allen Seiten. Und das wurde mir sehr deutlich, dass alle, mit denen wir gesprochen haben, die kommen ja aus ihrer eigenen partikularen religiösen Tradition heraus, aber das war letztlich auch das Verbinden der Element. Und wenn wir schon dabei sind, wie wir im Westen mit bestimmten Dingen umgehen, dann würde ich gerne eine Frage noch stellen, die vielleicht theologisch relevant ist, die ich auch ab Nikodemus Schnabel gestellt habe, nämlich es gibt so etwas wie eine immer wieder eine aufflammende Lust an der Apokalypse, wie er es genannt hat, nämlich, dass vor allem in freikirchlichen Kreisen, aber es gibt es auch sonst, dass man bei solchen Konflikten, wenn sie etwas mit Israel zu tun haben, immer gleich die Apokalypse des Johannes, also die Offenbarung, hervornimmt und sagt, seht, hier sehen wir es doch, wir sind jetzt in der Endzeit und die Völker haben sich erhoben gegen das Volk Israel und das zeigt doch, dass wir jetzt ans Ende der Zeit gekommen sind und deshalb geschieht jetzt dann bald Armageddon und so weiter und so fort. Wie gehen wir als Christen und als Theologen mit diesen Strömungen um? Was sagen wir Menschen, die das sehr ernst nehmen wollen? Du hast schon angekündigt, dass du noch eine verletzte Frage, du hast schon schelmisch gegrinst. Ich habe mich gewundert, was kommt da, was kommt da wohl? Das ist eine mega schwierige Frage. Also ich meine, grundsätzlich meine eigene Position, ich, mir wird das immer so ein bisschen unbehaglich zumute, wenn man dann quasi so die Johannes-Apokalypse dann so vor das Weltgeschehen hält und da so diese Linien zeichnet, weil das ja wirklich schon immer wieder gemacht wurde, man hat sie immer wieder gefunden, man findet immer wieder was und aber deine Frage geht ja nochmals in eine andere Richtung, nicht wie würden wir selber die Johannes-Apokalypse lesen, sondern wie führen wir Diskussionen oder wie was ist der angebrachte christliche Diskurs mit Leuten, die das sehr, sehr stark machen und diese Linien ziehen? Finde ich gar nicht ganz... Wahrscheinlich sind es Diskussionen über das Bibelverständnis auch? Noch mal neu zu überlegen, was sagt uns auch die Bibel? Was ist unsere Aufgabe als Christinnen und Christen in der Welt? Und ist das das, was angebracht ist? Also in diese Richtung habe ich tatsächlich auch gedacht, weil tatsächlich diese Überlegung, oha, wie weit sind wir denn schon? Sind wir schon in Kapitel 7 der Offenbarung? Kommt jetzt 8 oder so? Zack, kann man so in der Weltgeschichte abchecken und gucken, wann kommt das Ende der Zeiten? Da wird mir auch immer ein kleines bisschen Unwohl dabei, weil ich denke auch, das wird nicht erst seit heute gemacht, sondern seitdem wir die Offenbarung irgendwie haben, gab es immer wieder Leute, die gesagt haben, oha, bald ist es soweit, jetzt. Von daher würde ich tatsächlich auch überlegen, wie ist die Bibel zu verstehen? Mark Twain sagte mal so schön, als er gefragt wurde, wie er denn mit so schwierigen Bibelstellen umgeht. Und er sagte, naja, also ihn treibt es weniger um, was er nicht versteht, Sorge macht ihm vielmehr das, was er versteht. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Und was wir verstehen ist, zum einen, es wird regiert, das Weltgeschehen liegt nicht in unserer Hand, es wird regiert, nicht in Jerusalem, nicht in Washington DC oder wo auch immer, in China, wo da gerade die Weltzentren sind, sondern das Weltgeschehen liegt in Gottes Hand. Und was wir auch verstehen, ist, dass zumindest aus christlicher Perspektive wir ja darin glauben, dass das Reich Gottes schon angebrochen ist. Das ist manchmal schwer zu sehen, gerade wenn man die Nachrichten verfolgt oder mit den Leuten Gespräche führt mit unseren Interviewpartnerinnen und Partnern. Aber daran festzuhalten, das Reich Gottes ist schon angebrochen und unsere Aufgabe ist es, dem Reich Gottes entsprechend zu leben, sich für Recht und Gerechtigkeit hier auf dieser Erde einzusetzen. Ich glaube, es wäre ja noch falsch, das dahingehend zu machen, dass man auch sagt, wir nehmen die Bibel weniger ernst. Das wäre ja nicht ein Approach, den ich vorschlagen würde, zu sagen, wir streichen es einfach weg, weil es ist so schwierig, sondern doch irgendwie versuchen und auch die Zeit oder irgendwie die Welt, in der wir leben, im Licht der Bibel zu sehen, in der ganzen Bibel. Und darin dann auch unsere Aufgabe oder quasi unsere Rolle darin zu sehen, zu sagen, wie können wir denn als Heralde, als Botschafter für dieses Reich Gottes, das im Anbrechen begriffen ist, quasi das im Kommen ist, wie können wir aufstehen für diese Botschaft, quasi in Worten, aber auch in Taten, wie können wir uns in diese Bewegung Gottes in die Welt hineinrufen lassen, darum geht es. Aber dann die Zukunft zu prognostizieren und zu sagen, das ist das Nächste und das ist das. Ich würde sagen, vielleicht würde es helfen, wenn wir die Offenbarung des Johannes so lesen, wie sie zumindest teilweise auch gemeint ist, nämlich Apokalypse heisst ja nichts anderes als Enthüllung in diesem Sinne. Die Enthüllung des Weltgeschehens und sozusagen, als würde man den Vorhang wegziehen und jetzt sehen wir eine Stufe tiefer ins geistliche Geschehen, was hinter den Dingen steht. Und da geht es gar nicht so sehr darum, genau zu prognostizieren, ja, was kommt denn jetzt in der Zukunft, sondern es ist eine Hilfe zu verstehen, dass was passiert, nicht unbedingt alles ist, sondern dass man das eben im Lichte der Geschichte Gottes lesen kann. Und ich glaube, so kann man die Bibel sehr gut ernst nehmen und auch geschichtliche Ereignisse in diesem Licht lesen, ohne dass man dann so in einer Linearität sagen muss, ah, und jetzt kommt dieses Kapitel, jetzt kommt das und jetzt sind wir hier und gleich kommt dann Offenbarung 21. Gut, das wäre nicht so schlecht. Auf das warten wir. Ja, dass wir nicht diese Chronologie haben und ah, jetzt ist das passiert, deshalb kommt jetzt dann das. Weil schlussendlich scheint das so nicht zu funktionieren und die Leute, die das immer wieder versuchen zu machen, sind häufig sehr, ja, wie will man das sagen, haben ein sehr schlechtes Gedächtnis, wenn es um die Geschichte geht. Weil, um ehrlich zu sein, wäre das Ende schon hunderte Male eingebrochen. Und gleichzeitig, verstehe, gerade wenn man dann die Geschichte auch anschaut und auch das europäische Mittelalter quasi oder ich, Kriege, lange Kriege oder Pestepidemien, man hat, dass man die Geschehnisse dann irgendwie in diesen Kategorien zu deuten beginnt. Das ist ja völlig verständlich. Oder dass man dann aufschaut und sagt, was passiert da gerade mit uns? Woher kommt diese Not und woher kommt diese Schrecken? Das, glaube ich, ist ja auch grundmenschlich, dass man irgendwie diese grosse Not zu deuten versucht. Aber wahrscheinlich, mir gefällt eine Stossrichtung. Weniger in klaren, chronologischen Datierungen als in quasi einem Blick auf die grosse Geschichte Gottes zu gewinnen. Ich denke, damit sind wir ans Ende gekommen unserer spannenden Serie zum Gaza-Konflikt. Vielen herzlichen Dank auch an euch alle, an alle Zuschauer und Zuschauerinnen fürs Zuhören und dabei bleiben. Schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr mitgenommen habt aus dieser Serie. Gebt uns ein Like und abonniert den Kanal.